Mein M4 hat leider Pedale wie ein Opel aus den 90ern, daher habe ich mir hier so Pedalaufsätze aus Alu bestellt und die bauen wir jetzt mal ein. So kompliziert ist es gar nicht, das Gaspedal wird einfach rüber gestülpt und das Bremspedal müsst ihr austauschen, sprich einfach diesen Gummiaufsatz vom bisherigen abstülpen, ist ein bisschen anstrengend, ich weiß, und dann das hier quasi drüber. Warnhinweis an der Stelle, achtet darauf, dass sie auf keinen Fall rutschig sind und wirklich fest sitzen, Leute, das sind Pedale, das ist kein Spaß. Das dient auch nur zu Showzwecken, es sieht einfach deutlich geiler, edler, hochwertiger aus und so muss ein M4 aussehen. Das dient auch nur zu Showzwecken, es sieht einfach aus, dass sie auf keinen Fall rutschig sind und so ist, dass sie auf keinen Fall rutschig sind.